So, willkommen zum zweiten Vortrag dieser Session. Arndt wird also über diverse Routing-Verkehrsmittel haben wir schon einiges gehört, also Autorouting, Fahrradrouting, Fußgängerrouting. Und Arndt wird uns jetzt etwas über Transitrouting erzählen und die Herausforderungen, die in diesem Gebiet auftreten. Bitte. Genau, also mein Thema, wie gesagt, Transitrouting oder einfacher gesagt, es geht einfach um Fahrplan-Auskunft. Und wenn man heutzutage über Fahrplan-Auskunft redet, sind diese ganzen Systeme ja immer Tür-zu-Tür-Systeme. Das heißt, Sie müssen nicht mehr angeben, zu welchem Bahnhof Sie wollen, sondern Sie sagen, zu welcher Adresse Sie wollen. Und die Strecken dann vom Bahnhof zur Tür, die werden mitberechnet. Und das ist eben da, wo Sie dann eine Karte brauchen für diese Sachen. Und da kommt die Open-Street-Map ins Spiel. Aber eben nicht nur da. Und da will ich näher drauf eingehen. Aber zuerst kurz diesen Routing-Prototyp vorstellen, anhand der ich einige Beispiele zeige. Den hatte ich letztes Jahr schon in Münster gezeigt. Der ist ein bisschen weiterentwickelt. Das ist kein richtiges Entwicklungsprojekt. Also fragen Sie sich nicht, wann es fertig wird. Das wird nie fertig. Das ist nur so eine Spielwiese, um da Konzepte auszuprobieren. Und das basiert so ein bisschen auf B-Router, dem Fahrrad-Router, den ich gemacht habe. Aber nur so ein bisschen. Das verwendet Teile vom Präprozessor wieder. Das basiert aber der Präsentations-Client ganz stark auf B-Router-Web. Das ist der Web-Client, den der Norbert Renner gemacht hat. Und der hat mir auch geholfen, das anzupassen, so dass man da zumindest mal einen Fahrplan darstellen kann, dass der eben auch für Transit-Routing zu verwenden ist. Aber eben nur auf diesem prototypischen Niveau. Also wie gesagt, keine ernsthafte Entwicklung. Damit zeige ich Ihnen ein erstes Beispiel. Ein ganz einfaches Beispiel für Fahrplan-Routing von mir zu Hause in so einem Freizeitbad bei Weinheim. Das ist da ein wichtiges Ziel in der Region. Das kennt man. Also auch wichtige Frage, wie kommt man da hin? Und ganz einfache Antwort. Man nimmt die Regionalbahn, steigt an Bahnhof aus, läuft zwölf Minuten. Das Ganze dauert insgesamt 39 Minuten und funktioniert im Stundentakt. Und mehr gibt es dazu eigentlich noch nicht zu sagen. Also einfaches Problem, einfache Antwort. Und diese Art von Tür-zu-Tür-Routing, das können ja alle gängigen Apps heutzutage auch. Das heißt, wir schauen uns die mal an. Aber jetzt sehen wir hier, die brauchen auf einmal alle eine halbe Stunde länger. In dem Beispiel. Das heißt, sowohl die App vom Verkehrsverbund, der DB-Navigator von der Deutschen Bahn, als auch die ÖFI-App, die wollen alle nochmal Bus fahren. In diesem einfachen Beispiel. Also auf die Idee, einfach die zwölf Minuten zu laufen, kommen die nicht. Woran liegt das? Die Gründe sind tatsächlich verschieden. Also die erste App vom Verkehrsverbund, wenn man da in die Konfiguration geht, die hat irgendwo eine Einstellung, da steht drin, maximale Fußwegzeit, zehn Minuten. Das waren aber zwölf Minuten. Und da sind die konsequent. Also bevor sie zwei Minuten zu lange laufen, warten sie eine halbe Stunde auf dem Bus. Und beim DB-Navigator war der Grund ein anderer. Da habe ich einen Fehler gemacht bei der Zielauswahl. Ich habe ausgewählt, ich will zum Miramar Weinheim. Aber das war an der Bushaltestelle. Und zu einer Bushaltestelle fahren sie mit dem Bus. Hätte ich jetzt stattdessen Weinheim-Miramar ausgewählt, das ist keine Bushaltestelle, dann hätte das funktioniert. Also das heißt, es ist einfach leicht, Fehler zu machen bei diesen Sachen, aber es ist nicht leicht, die richtige Antwort zu kriegen. Und bei dieser dritten App, der ÖFI-App, das ist ja eigentlich kein eigenständiger Router. Da muss man ein Netz auswählen. Da wähle ich entweder das Netz vom Verkehrsverbund oder das von der Deutschen Bahn. Und dann kriege ich entweder den einen oder den anderen Fehler. Aber im Ergebnis ist das ja dasselbe. Schauen wir uns ein paar andere Apps an. Die sogenannten innovativen Transport-Apps. Also ich habe hier hoffentlich die drei wichtigsten, zumindest für Deutschland gewählt, KickSit, Movil und Alley. Und tatsächlich in dem Beispiel, die machen es alle richtig. Also die haben hier diese direkte Verbindung, ohne Busverbindung zumindest, mit in der Liste. Gut, was heißt das? Also die Innovation dieser innovativen Apps ist natürlich jetzt nicht, dass sie nicht Bus fahren müssen, sondern das Thema ist ja mehr Integration von anderen Verkehrsdienstleistungen, Carsharing und so. Aber immerhin, das funktioniert in dem Fall. Nur ein direkter Ersatz jetzt für die Arbeitspferde, wie DB-Navigator oder so, ist das nicht, weil die haben natürlich einen anderen Schwerpunkt, die haben andere Sachen nicht. Die haben insbesondere keine Echtzeitkorrekturen, also sie sehen da keine Verspätungen und deswegen ist das jetzt nicht einfach ein Ersatz für die anderen Programme. Das heißt, es ist erstmal, bleibt schwierig. Die nächste Schwierigkeitsstufe ist jetzt Fahrradmitnahme. Eigentlich ist es genau dasselbe, ob ich jetzt zu Fuß unterwegs bin oder ein Fahrrad dabei habe und tatsächlich ist auch die Route, die hier rauskommt, genau dasselbe in dieses Freizeitbad. Was anders ist, ist jetzt die Ergebnisliste, die ist länger. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur die eine Möglichkeit im Stundentakt, ich habe auf einmal mehr Möglichkeiten. Und das liegt ganz einfach daran, es gibt ja so Expresszüge, die halten nicht überall und wenn Sie ein Fahrrad dabei haben, haben Sie mehr Reichweite, da können Sie natürlich auch zum Expressbahnhof fahren, dann haben Sie mehr Auswahl und deswegen wird aus dem Stundentakt jetzt effektiv Viertel- bis Halbstundentakt. Das heißt, der positive Effekt der Fahrradmitnahme ist ein bisschen in der Reisezeit, Sie sparen da zehn Minuten, aber vor allen Dingen die Flexibilität, Sie haben mehr Möglichkeiten. Und das ist ja eigentlich genau die Auskunft, die Sie von so einem Transitrouter haben wollen. Das wird Sie nicht vom Stuhl hauen, weil ich meine, das erwartet man vom Transitrouter, aber da erwarten Sie zu viel. Weil es gibt, also ich kenne keine App für Deutschland, die einem so eine Auskunft gibt für Fahrradmitnahme. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe eine Vermutung. Ich habe ein bisschen gesucht und eine gefunden, das ist der Radroutenplaner Baden-Württemberg und der kann tatsächlich auch Transitrouten und zwar explizit für Fahrradmitnahme. Da gibt es aber auch mehrere Probleme. Das erste Problem ist, es ist ja ein Landesradroutenplaner und das Rote hier, das ist die Landesgrenze und da kommt er nicht drüber. Deswegen habe ich jetzt, um den Rückweg mal mit diesem Router zu berechnen, das Ziel ein bisschen nach Süden verschoben, dass es noch in Baden-Württemberg ist und jetzt sehe ich hier das zweite Problem. Ich kriege eine Lösung, die ist völlig unsinnig. Das heißt, ich fahre hier mit dem Rad nach Weinheim, dann erstmal mit der Bahn tief in den Odenwald und dann über mehrere Bergpässe zurück zum Ziel. Gut, ich bin natürlich gemein, ich habe das Beispiel jetzt extra ausgewählt, in der Regel funktioniert das, aber wenn es jetzt funktioniert hätte, hätte ich die Auskunft bekommen, einfach der direkte Radweg zum Ziel, weil das tatsächlich zu dem Zeitpunkt die Möglichkeit ist, zum frühestmöglichen Zeitpunkt am Ziel anzukommen. Also das wäre dann die korrekte Lösung, aber es ist natürlich trotzdem nicht das, was Sie von einem Transitrouter erwarten, weil Sie wollen ja wissen, wann der Zug fährt. Und das kriegen Sie tatsächlich auch gesagt, wenn Sie die Frage später stellen, und dann kriegen Sie die Zugverbindung. Das heißt, Sie kriegen alle Möglichkeiten, aber eben nicht in der Übersicht und das ist genau das, was dieser Anwendung eben fehlt. Ich meine, es ist nicht schlimm, es ist ja ein Fahrradrouter, der ein bisschen Transit kann, es ist eben kein Transitrouter. Während die meisten Transitrouter heute, das mit der Verbindungsübersicht, das kriegen die alle ganz toll hin. Da habe ich mal ein Beispiel aus Österreich genommen, hier aus Salzburg. der Anbieter von diesem System, der ist auch draußen in der Ausstellung, deswegen habe ich ihn jetzt mit reingenommen. Und das Beispiel, was ich berechnet habe, einfach hier, also mit Fuß und Bus von der Uni zum Hauptbahnhof und Sie sehen, das funktioniert wunderbar. Ich meine, solche Apps gibt es ja viele. Also hier die Verbindungsübersicht im Zeitverlauf, hier die Details der ausgewählten Verbindung, hier die Landkarte, ich glaube in dem Fall leider nicht OpenStreetMap. Aber das ist eigentlich ausgereift von der Darstellung, wie solche Ergebnisse dargestellt werden. Also sowohl für solche Web-Anwendungen als auch für die mobilen Anwendungen, die wir zu Anfang gesehen haben, da gibt es nichts zu meckern. Das Problem steckt eher in dem Inhalt, also was für Ergebnisse werden da angezeigt. Und tatsächlich ist es auch bei diesem System so, dass wenn Sie Fahrradmitnahme einschalten, dann kommt da grundsätzlich raus, es gibt keine Verbindung. So, die nächste Schwierigkeitsstufe wäre jetzt mit Umstieg. Also bisher war es ja nur ohne Umstieg. Und jetzt wechsle ich zur Live-Demo, wenn das hoffentlich funktioniert. Genau. Also das ist jetzt dieser Routing-Prototyp, den ich gemacht habe, wo ich eben bisher die Strecke zu dem Freizeitbad berechnet habe. Jetzt verschiebe ich den Zielpunkt mal irgendwo hier hin. Ich will zum Baumarkt stattdessen. Jetzt kriege ich eine Strecke mit Umstieg, weil ich ja noch mit der Straßenbahn fahre. Und diesen Umstieg, den will ich Ihnen mal näher zeigen. Das ist vom Weinheim-Hauptbahnhof zur Straßenbahn. Also das ist nicht derselbe Bahnhof, das sind zwei getrennte Stationen, die eben durch so einen Übergang verbunden sind. Und das Besondere an dem Prototyp, den ich gemacht habe, ist jetzt, diesen Übergang, den habe ich nirgendwo hinterlegt. Das ist einfach die Open-Street-Map-Karte. Und in dem Moment, wo ich die Anfrage gestellt habe, hat er diesen Fußweg gesucht und berechnet. Und das ist das Besondere an dem Prototyp. Das machen nämlich alle anderen anders. Die können solche Fußwege in der Mitte einer Reisekette nur pauschal, wenn sie sie voreingestellt haben als Fahrplanübergang in der Datenbank. Und das ist das, was ich hier anders mache. Und warum das so wichtig ist, das will ich erklären. Also ein Problem ist, dass die Relevanz dieser Übergänge ja vom Transportmodus abhängt. Also bisher war es einfach nur Fußgänger-Routing. Was ist, wenn wir barrierefreies Routing machen wollen? Dann sind es vielleicht andere Übergänge. Also gerade in dem Fall natürlich, der Bahnhof Weinheim ist nicht barrierefrei. Wenn Sie da mit dem Rollstuhl, die kommen da nicht raus mit dem Rollstuhl. Das heißt, dieser Übergang macht dann gar keinen Sinn. Ich kann das simulieren. Ich kann hier Sperrkreise setzen. mit diesem Prototyp. Ich setze also jetzt mal genau hier auf den Ausgang vom Bahnhof einen Sperrkreis. Mit dem Ergebnis. Das war noch Fahrrad-Routing. Ich muss auf Fußgänger-Routing umstellen. Wir kriegen jetzt einen anderen Übergang. Also nicht mehr im Weinheim zur Straßenbahn, sondern hier von diesem Bahnhof und der ist barrierefrei. Das heißt, die Liste dieser Übergänge, die Sie brauchen, hängt vom Transportmodus ab und das macht es natürlich schwierig. Und selbst wenn jetzt, so jetzt muss ich wieder zur Präsentation, ich hoffe, das klappt. selbst wenn jetzt der Bahnhof Weinheim barrierefrei ist, der wird gerade umgebaut, dann ist das trotzdem eine Funktion der Zeit. Das ist ein Foto, das habe ich am Freitag am Frankfurter Hauptbahnhof gemacht. Das heißt, das ist nichts Exotisches, das ist Alltag. Diese Aufzüge, die funktionieren mal und mal nicht. Und eigentlich brauchen Sie, wenn Sie barrierefreies Routing machen wollen, aktuelle Störungsdaten und müssen je nach Einzelfall entscheiden, wo kann man lang und wo nicht. Und das macht es natürlich schwierig. Auch solche Systeme gibt es nicht. Ich will noch mal ein bisschen eingehen auf diese Tatsache, dass ich also diese Übergänge nicht explizit verwalte, weil alle anderen machen das. Und ich nenne das mal, das ist die Übergangsmatrix. Also es gibt sie, sie ist zwar dünn besetzt, sind wahrscheinlich für Deutschland so ein paar tausend Übergänge, die man da braucht. Aber es ist zumindest ein Datensatz, den muss man erst mal haben. Den kann man sich nicht aus den Fingern saugen. Und ich habe jetzt aus der Not eine Tugend gemacht und habe gesagt, okay, ich baue einen Algorithmus, der braucht das nicht. Und ich will halt darauf hinweisen, dass das wirklich sozusagen eine Verbesserung ist. Denn diese Übergänge sind oft die Ursache von unplausiblen Routings. Also wenn Sie irgendwas sehen, was unsinnig ist, dann hängt es meistens mit solchen Übergängen zusammen. Und sie führen dazu, dass sie eigentlich, hier gibt es keine Maus, dass sie auf einen Transportmodus festgelegt sind. Das heißt, die machen eigentlich nur Fußgänger-Routing. Und alles, was sie sonst noch sich überlegen können, wie Fahrradmitnahme, Rollstuhl-Routing, das können die eigentlich gar nicht richtig. Und ich habe jetzt extra in diese Liste noch mit aufgenommen Fitness-Routing als Anwendungsfall. Also mit Fitness-Routing meine ich einfach einen anderen Modus, dass sie sagen, ich will nicht noch die 500 Meter zur Straßenbahn noch mit dem Bus fahren. Ich will lieber einfach einen Kilometer zur S-Bahn laufen und bewege mich auf diese Weise mehr und bin effektiver unterwegs. Heutzutage werden ja alle unter einen Kamm geschoren. Das heißt, sowohl der Senior mit seinen zwei Koffern als auch der Sportler, ja, die werden alle gleich geroutet. Das ist natürlich falsch. Man hätte ja gerne noch so einen Schieber, wo man den Bewegungsdrang einstellen kann. Auch das gibt es halt nicht. Und die Ursache ist, dass die Router diese hierarchische Beschränkung haben und diese Übergangsmatrix brauchen. Das heißt, wenn Sie jetzt gucken, was braucht man eigentlich als Zutaten für so einen Transit-Router? Ich meine, natürlich braucht man einen Fahrplan, man braucht ein Wegenetz, also die Open-Street-Map-Karte. Man braucht noch solche Netzverbindungspunkte. Das war zum Beispiel, wo ich diesen Ausgang vom Bahnhof Weinheim gezeigt hatte. Also ich habe das jetzt an den Ausgängen verbunden, nicht an den Bahnsteigen. Es geht beides. Aber was man nicht braucht, ist eben diese Übergangsmatrix. Und was man eigentlich auch nicht braucht, ist eine Umsteigematrix. Das heißt, für die Wege innerhalb des Bahnhofs, wobei das nochmal dann die nächste Schwierigkeitsstufe wäre. Und gut, für zusätzliche Verkehrsdienstleistungen braucht man natürlich auch zusätzliche Daten, wie zum Beispiel die Standorte von Carsharing-Autos. Aber der Punkt, den ich machen will, ist, dass wenn man einen Router hat, der das nicht mehr braucht, dann ist man viel flexibler. Dann kann man wirklich störungsabhängiges, barrierefreies Routing machen, Fahrradmitnahme, all diese Sachen, die es heute nicht gibt. Natürlich wird der Routing-Algorithmus dadurch natürlich komplexer und man braucht mehr Rechenzeit. Hier zeige ich nochmal ein Beispiel, das habe ich letztes Jahr in Münster auch gezeigt. Und wer ins Kino geht, der weiß ja, dass ein Fehler in der Matrix zu einem Déjà-vu führt. Und das Déjà-vu haben halt jetzt die, die letztes Jahr in Münster waren. Aber ich zeige das gerne nochmal, weil dieses Beispiel ist einfach so drastisch. Also, es geht von Mainz hier auf die Rheinhalbinsel Kühlkopf. Und wer auf die Rheinhalbinsel will, der will wandern. Also sonst kann man da nichts machen. Das heißt, wenn Sie den eine Stunde in die S-Bahn setzen, das ist nicht das, was er will. Wenn wenn er diesen Weg geht, dann muss er zwar in Groß-Gerau hier 20 Minuten laufen zwischen diesen beiden Bahnhöfen, aber er ist schneller unterwegs und er ist mehr gelaufen. Das heißt, wer wandern will, der will das machen. Aber es gibt wieder kein Auskunftssystem, was ihm das sagt. Also da habe ich wirklich jetzt alle ausprobiert. Also nicht nur die, die ich gezeigt habe, auch Google Maps und so weiter. Also niemand kann das. Es liegt einfach daran, dass dieser 20 Minuten Fußweg hier, der ist zu lang, als dass er Teil von dieser Übergangsmatrix sein könnte. So, jetzt noch zum Fernverkehrsrouting. Das war ja letztes Jahr die Situation, also kurz nach dem Vortrag auf der Foskis war dieser DB-Hackathon. Da bin ich also hin und dachte, naja, ich kann solche nicht-hierarchischen Reiseketten berechnen, das wird die Leute beeindrucken. Das war nicht so, also das ist einfach schwer vermittelbar. Aber was ich dann gelernt habe, ist, zum Beispiel die Jurymitglieder, die haben mir dann gesagt, also das gesehen haben, oh, ich kann solche Sperrkreise setzen. Also nochmal zurück hier, das war, das ist diese Schnellstrecke durch den Westerwald von Frankfurt nach Köln. Die schnellste Strecke, die es da gibt. Und ich habe jetzt einen Sperrkreis draufgesetzt auf diese Strecke und dann geht es am Rhein entlang. Und als sie das gesehen haben, haben die gesagt, oh, das müssen Sie zeigen, das wird die Leute überzeugen. Und das war auch sehr. Und ich habe den Usability-Preis auf dem DB-Hackathon bekommen, aber dafür, obwohl ich das ja gar nicht programmiert habe, das hat ja der Norbert Renner gemacht. Und das zeige ich jetzt gerne auch nochmal in der Live-Demo. Ich finde die Maus nicht. Ich weiße, erst mal diese Route löschen. Ich stelle hier oben auf reines Transit-Routing, weil sonst ist das von der Rechenzeit nicht akzeptabel. Es ist ja wie gesagt ein Prototyp. So, und ich will zum Beispiel von Mannheim und das ist jetzt der Datensatz, den die Deutsche Bahn veröffentlicht hat. Also Fernverkehr ist ja veröffentlicht, während der Nahverkehr, den gibt es ja nach wie vor nicht. So, das wäre jetzt hier eine ICE-Verbindung von Mannheim nach Hamburg. Und jetzt fange ich wieder mit meinen Sperrkreisen an und sage, ich will nicht über Hannover fahren. Dann geht es über Köln und jetzt sage ich wieder, ich will nicht diese Schnellstrecke fahren. Und dann geht es im Rhein anklang. Das heißt, das Feedback habe ich bekommen, das Feature wollen die Leute haben. Aber warum wollen die das haben? Ich meine, die wollen es ja nicht deswegen haben, weil es im Rhein so schön ist, sondern die wollen es ja deswegen haben, weil man damit eben auf Störungen reagieren kann. Und auch, wenn man weiß, okay, da ist eine Streckensperrung, dass man trotzdem noch ans Ziel kommt. Oder sie wollen es dafür haben, dass man Tarifgrenzen abstecken kann, wenn man eben nur eine Fahrkarte für ein bestimmtes Tarifgebiet hat oder sowas. So, jetzt hoffe ich, dass ich trotzdem mal in die Bildschirmpräsentation an die richtige Folie komme. hat wieder nicht funktioniert. Okay, dann komme ich zum letzten Punkt zum Carsharing. Also das heißt, in der innovativen Transport-App sind eben auch mehr Verkehrsträger integriert, Taxis und insbesondere Carsharing oder auch Bikesharing, also Mietfahrräder. und da habe ich ein bisschen gesucht, was geht da und was geht nicht und das ist zum Beispiel ein positives Beispiel, was ich gefunden habe bei KickSit. Also ich habe eine Verbindung gesucht von Frankfurt irgendwo in den Hintertaunus. Also Hintertaunus, das ist schon ländlich, da gibt es nichts, da kann man vielleicht auch mit dem Bus hinfahren, aber das ist eine intelligente Lösung, dass ich sage, ich fahre mit der S-Bahn bis an den Rand des S-Bahn-Bereichs, nehme mir da ein Carsharing-Auto und fahre damit in den Hintertaunus. Also das heißt, das funktioniert teilweise, dass man solche Auskünfte kriegt bei diesen innovativen Transport-Apps, ich meine, deswegen sind sie innovativ, aber es funktioniert halt nicht immer, es funktioniert komischerweise nur genau dann, wenn ich in Frankfurt starte. Wenn ich im Umland starte, dann kriege ich wieder nur die Autos in Frankfurt zu sehen. Also das ist sehr eingeschränkt, was da funktioniert bisher und was mich irgendwie besonders ärgert, das ist zum Beispiel dieses Beispiel hier, das ist jetzt wieder diese ICE-Snellstrecke, die wir gesehen haben von Frankfurt nach Köln, aber diesmal als Streckenverlauf gezeichnet. Also in OSM sind ja auch die Schienen enthalten, das heißt, man kann ja auch den Strich entlang der Schiene zeichnen und das Besondere hier ist, es gibt mitten in der Provinz hier solche Bahnhöfe und erhalten auch Züge, also ICEs und an diesem Bahnhof hier steht genau ein Elektroauto, also ein Carsharing-Auto, was man über Flinkster buchen kann und das ist eine tolle Sache, weil das ist ja hier ein ländliches Gebiet, wo nicht viel Verkehrsinfrastruktur ist. Das heißt, es ist wirklich eine ganz neue Art von Mobilität, wie Sie dieses Gebiet erschließen können und es gibt einfach Zeiten, da kommen Sie nur so dahin, da kriegen Sie von der App die Auskunft, ja Sie können erst morgen früh wieder dahin fahren, während mit dem Elektroauto und dem ICE wäre es kein Problem und trotzdem, wenn man jetzt diese Kicksit-Ad fragt, wie kommt man da hin, man findet diese Lösung nicht und also das finde ich schon ärgerlich, weil man muss da mal darauf hinweisen, das ist alles dieselbe Firma hier, also dieser ICE, der da lang führt, da gehört der Deutschen Bahn, dieses Carsharing-Flotte-Flingster, die gehört der Deutschen Bahn und dieses Auskunftssystem Kicksit, das gehört auch der Deutschen Bahn, das heißt, die finden ihre eigenen Autos nicht und also das finde ich unbefriedigend und das geht natürlich besser und deswegen bin ich auch am Schluss und da steht auch Ende, das war das, was ich Ihnen zeigen wollte, okay es geht besser, es wird in Zukunft besser werden, es wird vor allen Dingen dadurch besser werden, wenn die Transport-Apps diese hierarchische Nebenbedingungen über Bord werfen und mehr in die Algorithmen investieren und dann kriegt man eben Lösungen, die auch andere Transport-Modi beherrschen, also insbesondere Fahrtmitnahme, die im Störungsfall robust funktionieren, die die Kombination aus Public Transport und Carsharing besser beherrschen und so weiter und was ich Ihnen auch gezeigt habe, ist, dass OpenStreetMap dazu eigentlich viel beiträgt, also eben nicht nur den Weg zur Tür und alles, was man zusätzlich braucht, außer OpenStreetMap, sind halt die primären Betriebsdaten der Verkehrsanbieter wie Fahrpläne, Autostandorte und so weiter, aber sonst braucht man nichts, also insbesondere keine Verbindungsmatrix und so weiter. Vielen Dank. Vielen Dank, Arnd, für die teils amüsanten, teils sehr spannenden Informationen, Fragen aus dem Publikum? Deine letzten Beispiele, da hast du jetzt noch nicht deine eigene Software gezeigt, hast du mal experimentiert, Carsharing-Standorte sind in OpenStreetMap ja erfasst, also man könnte ja... Es ist sogar noch einfacher, also zum Beispiel die ganze Car2Go-Flotte ist online abrufbar, also es gibt Web-Services, da können Sie jederzeit von Car2Go erfragen, wo gerade die Autos stehen, die verfügbar sind und so. Achso, sogar verfügbare, okay. Ich hatte auch guten Willen und hätte gerne eine Live-Demo gezeigt mit Carsharing, aber ich habe leider es zeitlich nicht geschafft. Weitere Fragen? Ich finde diesen Ansatz ganz nett, dass du sagst, ein sportlicher Mensch möchte vielleicht lieber mal 20 Minuten zu Fuß gehen als eine Trambahn zu nehmen oder ewige Zugstrecken zu fahren und ich habe mich auch in den letzten Vorträgen immer gewundert über dieses Flächenrouting von Parks und Fußgängerzonen, warum man sich da so einen riesigen Aufwand betreibt, weil unsere Welt ist dazu geschaffen, dass man mobil ist und meistens kommt man von A nach B schon auf einem relativ kurzen Weg. Deswegen gefällt mir diese Idee ganz gut, den sportlichen Menschen sozusagen dazu zu animieren, ein Gebiet zu fahren, wo man eh wandern gehen will, dass man das in Kauf nimmt, einfach mal eine Strecke zu Fuß oder mit dem Rad zu fahren. Deswegen gefällt mir diese Idee eigentlich recht gut. Eine Frage noch von meiner Seite. Wir haben gesehen, die Schwierigkeit zwischen Bundeslandgrenzen zu ruten. Wie sieht das dann aus, wenn man sagt, man will, also quasi eine multinationale Tour planen von Deutschland über Österreich nach Slowenien. Welche Schwierigkeiten gibt es dann da? Ja gut, also das mit dieser Landesgrenze, das ist natürlich speziell für diese Landesradroutenplaner. Also das ist ein bisschen so eine Behördensache, da wirt der Amtsschimmel. Das betrifft natürlich andere Radroutenplaner, die auf OpenStreetMap-Basis funktionieren, nicht. Und jetzt für das Transitrouting, also Zugpläne, Umstiegspunkte, Anschlüsse von unterschiedlichen Verkehrsunternehmen. Gut, also da kann ich nur darauf verweisen, wie gut das eben im DB-Navigator funktioniert. Also im Fernverkehrsrouting funktioniert es da gut. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt im Regionalverkehr an der Grenze nicht so gut funktioniert, aber ob das eine Rolle spielt, weiß ich auch nicht. Eine letzte Frage. Ich weiß nicht, wo es jetzt überregional in Österreich gibt. Es gibt dieses Nextbike, so Bike-Sharing, natürlich in Niederösterreich gibt es und da gibt es auch eine Online-API, wo man direkt abfahren kann, wo, wie viele Räder stehen zum Ausbauen. Also falls man da was integrieren will. Aber nicht in Verbindung mit Routing, sondern nur Standortinformationen. Nur Standortinformationen, dass man aber halt sieht, ob überhaupt ein Rad vorhanden ist oder wie viele überhaupt vorhanden sind. Es gibt es zumindest nicht. Das ist auch nicht gut. Oh, kein Problem. Das ist schön. Vielen Dank.